So, also jetzt haben wir uns noch eine Aufgabe vorgenommen, wieder mal mit einem Strahlensatz. Da steht jemand auf dem Parkplatz und peilt über seinen eigenen Pkw, der 17 Meter entfernt ist, so, dass der Pkw genau einen riesengroßen Lkw verdeckt. Von hier bis hier, also vom peilenden, hey! Vom peilenden bis zum Auto, bis zur Autokante sind 17 Meter. Und das Autokin verdeckt das große Gespann. Und hier hätten wir dann die 16, äh, Moment, die 16 Meter, ne? Und jetzt wollen wir wissen, wie weit ist die, ist der Pkw entfernt zum Lkw? Also, von hier bis hier die Länge, darum geht's. Sagen wir L dazu. Dann mach ich hier nicht L draus, sondern, äh, mach ich nicht ein Fragezeichen, sondern L, von hier bis hier. Na denn? Also jetzt die Verhältnisgleichung aufzustellen, war nicht das Riesenproblem, wenn ich jetzt hier die entsprechenden Längen habe. Und dann kamen wir auf 68 Meter. Und das könnte einigermaßen hinkommen. Verdeckt doch ein kleines Autochin, zwar 17 Meter weit, ein riesengroßes Auto. Und da lässt sich ungefähr ahnen, dass wir da richtig liegen, wenn wir 68 Meter rausbekommen. Aber, Klammen, Und jetzt was aber auch hier gibt es der Klammen, die die, die wirklich Seite ist erstelle in 34 natürlich zu entfernen, dann war über 2 Minuten nicht Plan. am�� dosellene Leistung форм serie. Wir sehe diesen Potion rates jetzt ganz glücklich, Vielen Dank.